Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Dark and Light und heute werden wir uns ein bisschen um den Garten kümmern. Ja, 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 Garten, Garten, gut. Und das letzte Update hat uns, ja, so einiges noch mehr beschert. Wir haben, wir, oh Gott, wir sammeln noch mehr verschiedenes Zeug für was auch immer. Noch mehr Pflanzen? Ja, ne, für was es auch gut ist. Wir können auch neue Dinge bauen, ne? Wie zum Beispiel dieses, der, wo ist denn das? Kühlschrank? Ne, das ist ja, was ist denn das? Räucherschrank, genau. Der Räucherschrank, der sieht jetzt auch anders aus, den ich jetzt hier auch nicht finde. Eine neue Kochstelle haben wir übrigens auch oder einen Kochtopf. Ja, also, ja, keine Ahnung. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Nicht groß, weil wir auch am Hausbau wieder waren. Genau, weil das halbe Haus war weg. Alles, was aus Holz war, war weg. Meine schöne Arbeit. Ja, für einen Arsch. Und jetzt kann man auf den Viechern, was man sonst immer konnte, hier die Leuchte unten anmachen, ne, hier. Das geht nicht mehr, man muss immer abspringen, um zu essen, um zu trinken. Es ist, das ist, ich hoffe, das ändern sie wieder. Das ist ein bisschen nervig. So, wir müssen uns jetzt aber um den Garten kümmern, sonst können wir nichts machen. Ich wollte mich nämlich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, dass wir hier spezielles Futter kriegen, ja. Ja, für Fleischfresser und für, ja, Pflanzenfresser. Ja, ähm, hab ich, ich hab hier was gekillt. Brauchst du, du brauchst nur Gras, ne? Ja, ich brauche Gras. Gut, sollst du bekommen. Sehr schön. Finde ich total toll. Entschuldigung, das war Nisa. Echt? Na ja, ich hab's nicht gehört. Ich hab mich schnell auf Leiste geschaltet. Hm. Ich will doch hier niemanden mit meinen Nisa erschrecken. Einen Griffensattel kann ich, oder einen Greifsattel kann ich immer noch nicht. Das liebe nette Häuschen, was da steht. Ja, wir haben Gesellschaft bekommen. Zuwachs! Der Trupp ist größer geworden. Schon wieder. Schon wieder? Ach so, ja, stimmt, zwei, zwei sind ja dazu gekommen. Na gut. Na ja, den einen, na ja, die eine, na ja, gut, okay. Boah, sei mal ein bisschen netter zu deinen Tribe mit dir. Bin ich? Gute gibt sich so viel Mühe, sei nett. Ja, sie sammelt ganz fleißig Holz. Ja. Das macht sie ganz toll. Also ein Lob. Lob an sie und Grüße. Genau. Grüße. So, wir brauchen jetzt erstmal Gras, weil ich schon da einiges reingestoppt habe. Hallo? Kommst du rüber? Brauchst du Stroh? Nee. Ich brauche kein Stroh. Gut, dann kann ich Stroh auch alles rausballern. Und das haben wir jetzt hier rein. Oh, das ist ganz schön viel Stroh. Weg, 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 weg. Gott sei Dank gibt es die U-Taste, da kann man alles rausballern. So, jetzt haben wir hier ein kleines Leck. Jedes Mal, wenn ich irgendwas ankliere, haben wir ein Leck. Das lassen wir mal. Weil irgendwie klauen die sich gegenseitig dann die Ressourcen. Also hier stellen wir mal kleine an. Hier würde ich gerne mittlere anstellen, obwohl ich das am Tag davor eigentlich gemacht habe und alles Dünger ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zwei Stücke? Was? Bist du schon wieder beim Haus? Nee, 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 nee. Gartenarbeit und so. Achso, okay. Gartenarbeit. Ich pflanze dein Gras hier hinten, wollte ich schon sagen. Was? Oh, unsere eigene Grasplantage. Bitte was? Neun Stück. Stellen wir mal hier an. Oh, warte mal. Oh, und wie ruckelt das gerade? Hier, bitteschön. Da stellen wir... Ja, wir stellen... Hier klicken wir aber, wie gesagt, nicht rauf, weil die klauen sich untereinander die Ressourcen. Das soll durchlaufen hier. Gras. Ich brauche Gras. Ja, sonst geht uns das alles ein... Ja, ja, ich bin sofort da. Gras brauchen wir nicht. Das schmeißen wir hier alles raus. Hier, die haben Verfallsdatum. Keine Ahnung für was. Das werden wir noch rausbekommen. Wahrscheinlich für irgendwas... Keine Ahnung. Zum Kochen. Bestimmt. Ähm... Auch sehr selten. Oh, kann ich auch... Das baller ich auch mal raus? Ups! Oh! Es ist so leise auf einmal. Regen? Ja, nee, der ist aus. Der ist weg. Es regnet nicht mehr. Huch! Ist auf einmal so still. Naja, es regnet nicht mehr. So, die ballern wir auch mal raus. Soll ich dir schon den ersten Gras-Schub geben? Äh... Ich hab grad mein Inventar... Ich stopf grad mein Inventar mit Graszeug voll. Moment. Du kannst dich aber da parken. Ich nimm's mir aus deinem Vieh. Okay. Boings. So. Wobei ich noch ein bisschen schleppen kann. Aber das wird alles schlecht in mein Inventar schon. Also renne ich schon mal... Ja, lass es in deinem Vieh. Ja, mach ich doch. Aber das wird trotzdem schlecht. Im Vieh. Ja, na mein Gott. So schnell auch wieder nicht. Na komm. Ist schon witzig, dass Odin oben bleibt beim Wasser. Ich würde immer denken, so ein Viecher gehen sofort unter, weil die so schwer aussehen. Aber irgendwie... Es schaukelt wie so'n Boot, wa? Elfstück. 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 Ja. Sehr schön. Elfstück. Elfstück. Hab ich hier? Wir hatten hier schon... Ja. Ne, ich hab selber noch. Moment. Einfach... Einfach mich dazwischen gedrängelt? Tja. Ich muss das nächste Ding hier anschmeißen. Guck mal da hinten... Oh, ich wollte gerade... Ich glaub, die fängt mit K an. Ich war das nicht. Doch. Ah, ah. Es steht... Doch. Das steht dort dran. Ich geh mal gucken. Ne, das steht nicht dran, da wer das rausgeschmissen hat, oder? Nein, das steht nicht dran. Rollo. Abgelegt von Rollo. Siehste. Alles klar. Rollo war's. Das dumme Viech. Und... Durch Kalypso. Rausgeschmissen. Wo bist du denn da hinten? Ja, hallo. Ware. Ich habe Ware für dich. Ja, ich muss erst mal meine Ware leer machen. Da hinten ist ein Steingolam, den sollten wir irgendwann... Kennen wir auch. Wo ist er denn? Mal auftöten. Oh. Das ist nämlich aber saubere Arbeit hier. Ja, oder? Du hast wohl Langeweile, wa? Nö. Du kannst auch ruhig näher hierher kommen. Dann muss ich nicht hin und her rennen. Nein, falsches Teil. Hier packe ich mal was rein. Ich wollte ein bisschen Sport zuge... ähm... ...schaffen. Ihhh, die sehen ja widerlich aus. Was ist das? Was ist das? Und außerdem kannst du das Teil doch nicht hierhin parken. Dann gucke ich doch immer in das Viech rein, wenn es so nah ist. Das ist äh... äußerst... Das sieht aus wie Tentakeln. Greifen die nach mir? Ja, Kruse. Ah, Hilfe! Ah, sie fressen mich! Mhm. Ach, du bist langweilig. Mhm. Soll ich mal die Hygiene verachten? Soll ich mal... Nein! Udin! Sitz! Kann ich nicht sagen? Udin? Nein! Ich mag mich. Selbstgespräche? Ja, und die schon. Ich habe noch sehr viel Gras bei mir. Ja, warte doch! Ich bin doch noch gar nicht fertig. Nimm das Gras. Nimm das Gras. Nimm das Gras. Nimm das Gras. Ja, ich nimm's doch. Oh! Was passiert, wenn ich hier eigentlich eine Attacke mache? Geht irgendwas kaputt? Weiß ich nicht. Aber nein! Nein! Och, Mann! Nenn ich... Oh, Mann! Lass mich schon mal ausprobieren. Komm schon! Ich brauche lieber meine Stadt, die ich haben möchte. Ich werde ja blockiert. Ne, wüsst du gar nicht. Stell dich mal nicht so an. Was sollst du an? Stell dich nicht so an! Aber... Ticker! Ticker, ey! Hm. Ich hatte ja schon fast eine Stadt gebaut, aber nö! Wenn du so lange brauchst, bleib doch mal hier! Wegen dem Update hat es nicht funktioniert. Danke! Ne, alles wieder weg! Update. Und mit Stein kann ich noch nicht bauen. Oder ihr wart nicht drauf. Also ich war arbeiten. Ich habe keine Schuld. Ja, ich denke mir mal, wir haben hier eine Ablaufzeit. Holz, naja. Was steht denn nun so? Ja, oder? Du gehst mal aus dem Tribe und guckst mal nach. Warum immer ich? Weiß ich auch nicht. Du strahlst es aus. Nein, ich hau gleich ab hier. Und auch in der Zeit, wo es hier drin ist, vergammelt es auch nach und nach. Also wir kriegen niemals, was habe ich angeklickt, zwölf Stück raus. Das könnt ihr knicken. Also, ich liebe Gartenarbeit. Total mein Ding. Wir sind so drauf angewiesen, ob du den Scheiß... Warte mal. Wie frühen Daumen verlippst du leider nicht? Nee, ich mag keine Pflanzen. Ich stelle mir lieber unechte Pflanzen ins Zimmer. Du brauchst dich nicht drum kümmern. Die halten auch. Na, was machst du mit den Scheißpflanzen, wenn du in den Urlaub gehst? Stehen lassen? Dann kommst du nach Hause und dann ist es auch so ein Korbzeug, so ein Stroh. Stehen lassen, ja. Wer gießt denn die Dinge? Gieß es selber. Musst du so ein Ding bauen, was sich... Hat jetzt sehr viel gebraucht. ...füllt mit Wasser und pro Tag einmal kurz gießt. Na toll, gut. Die kleinen Säcke, die brauchen nur Holzkohle und Gras. Die brauchen denn schon verdorbenes Fleisch. Und hier. Ey, die brauchen fünf... Die großen Säcke brauchen 500 mal Gras, Holzkohle 100, Fleisch 50, Magische Scherben 50. Hm. Was? Hm. Mit Gartenarbeit habe ich absolut nichts zu tun. Ich bin... Setz dich doch mal da... Du bist... Hm? Was willst du denn? Nix? Was? Wolltest du schon wieder meckern? Nee. Scheiß drauf. Ich wollte schon wieder meckern, das gibt es doch nicht. Nee. Weil wir... Guck mal, was wir hier kriegen... Iiiiih... Für was braucht man das? Das mobst du uns raus. Ja, mal gucken. Das holen wir uns raus. Eigentlich nicht. Ähm, na, das, was ich hier in den magischen Arbeitsmarkt reingemacht habe. Hier haben wir so einen Luftelementorkern. Was hast du denn da reingemacht? Ich hab gar... Wo? Hier ist uns leider das Dünger ausgegangen. Tja, das stand auch mal voller Blüte da. Hier wachsen immer noch nicht die roten Pilze. Yippie-yayay, es läuft. Hier immer noch nicht. Ja, ich habe gesagt, ich wollte ja mal hier nochmal einen Garten hinhauen. Also ein neues, neues Teil. Um zu gucken, ob da irgendwie ein Back drin ist. Hm. So, Zaubertisch. Vielleicht bei euch auch hier. Und es gibt jetzt auch Bienen hier. Du kannst Honig machen. Für was auch immer. Aber Honig. Kommt. Doch, passt auf. Irgend so ein Vieh will Honig. Ähm, Bär vielleicht? Brauchst du irgendwas noch? Soll ich an Ressourcen irgendwas holen? Stimmt. Nein. Was? Soll ich irgendwas holen? Holen? An Ressourcen? Warte mal, wir wollten ja... Ich hab ja gesagt, wir machen ja... Wir versuchen... Wir machen... Wir versuchen... Futter für die Fleischfresser zu machen. Da brauchen wir... Drei da... Warte mal, wir brauchen erst mal diese hier. Wir brauchen... Donnergras. Donnergras. Ohne Garten läuft hier nichts. Du bist echt... angewiesen auf den... Wow. 20 mal Donnergras. Prägt total viel. Ähm... Du brauchst vier für eine Flasche. Ach, was will ich denn hier mit? Kommt doch kaum was raus, oder? Hm? So kommt doch hier kaum was raus aus diesen ganzen... Volk. Aus... Äh? Aus was? Donnergras? Aus den Gärten. Ach so. Nee, deswegen ja. Irgendwie... Ganz schön... Öffne ich so. Vielleicht irgendwas doof eingestellt an der Game Uni? Ah ah. Hä? Oh, ein Glücks-Kleeblatt ist ja niedlich. Ey, das ist ja... Ich habe noch nie in sowas reingeguckt. Können wir bald backen? Ich brauche einen Weg zum Wasser. Das dauert hier zu lange. Ich glaube, wir brauchen noch wieder so ein Türchen nach hinten raus. Vielleicht brauche ich dann hier was, gleich, bald. Das ist total herrlich. So, da das nicht reicht, brauchen wir jetzt Flaschen, weil die werden gleich so verwendet. Wir brauchen... nein... Wo haben wir es drin? Hier. Haben wir Foundation vielleicht hier irgendwo? Stein-Foundation. Warte, ich kann Stein-Foundation noch machen. Die kann ich machen, komischerweise. So, Flaschen, 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 Flaschen. Rechteckiges... Irgendwann 50 Stück vielleicht. Ich brauche eine Hintertür. Was ist das? Oh! Ich bin total schnell. Was ist der Unterschied zwischen festes, rechteckiges... Unter deutsch, rechteckiges Fundament und festes Fundament? Welcher Weg ist kürzer. Was weiß ich? Ich hör dir grad nicht zu. Kommt man hier durch? Hörst du mir nicht zu? Ja, das find ich toll. Wirklich. Na, ich mach ja grad Flaschen. Häufig... Weil das Donnergras geht mir ein in der Zeit. Aber das ist doch beides dasselbe. Ein Steinfundament für eine Behausung. Aha. Ein rechteckiges Fundament aus Steinen für ein Gebäude oder eine Arbeit. Baust doch einfach und klatsches hin. Ist doch beides dasselbe. Weiß ich doch nicht. Baust, klatsches hin, so mach ich das. Ich baue das und dann gucke ich. Was verbraucht mehr? 30, 40, 80. Und das ist ganz schön aufwendig hier, Lieben. Vielleicht gibt's ja auch noch irgendwie nen Trick. Wo ich schneller gehen. War's das? Nein, da kommt noch einer. Und noch einer? Was weiß ich. Ich baue einfach mal das. Ich betrinke mich mit Wasser. Äh, so betrink er sich damit. Mein Kind. Tue ich. Also ich find's ja auch nicht so schlecht, dass es hier so aufwendig ist. Oh Gott, kann ich jetzt? Ja, feste Wand. Ja, 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 ja. Herzlichen Glückwunsch. Feinster Rahmen aus Steinen. Ich kann's endlich bauen. Oh mein Gott, brauchst du nen Taschentuch? Ja. Oh. Ich muss nicht mehr Kalypso fragen nach. Zeug. Alles klar. Ist das schön. Komm ich hier hoch? Oh Mann, hier brauchen echt ne... So warte mal. Ich baue mal auch das andere gleich. Mhm. Dann schaue ich einfach mal... Das Bestes. Machen wir einmal das. Hm? Ist das ne Rampe? Was bist du denn? Platt. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Das schönes Donnergras. Ich nehm mich mal mit. Und... Alles klar. Einfach mal das angucken. So Odin, komm mal mit. Wir müssen echt was mit dem Garten machen, ihr Lieben. So kann das nicht weitergehen. Yep. Da geb ich dir vollkommen recht. Ey. Ey. Ey, das machen wir auch dafür. Eine Pulle. So. Was ist eigentlich das hier? Delikat. Oh. Das braucht zweimal diese spezielle... Ach du Scheiße. Und hier bestimmt, äh... Ja, zweimal diese spezielle... Äh... Was? Für ein... Pilz? Was ist... Was ist ein Pilz? Ja, genau. Da braucht man einen Pilz. Wo man die auch immer... Herbekommt. Ähm... Dannergras. Schnee... Lu... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin total überfragt gerade. Baut ihn einfach mal hier hin. Verweiter ich mal ein bisschen deine Bude. Hihi. Meine Bude? Ähm... Wieso ist hier der Schrank auf? Kannst du auch mal den Schrank zumachen? Nein, ich war ja dran. So, wo hatten wir denn... Das kann man jetzt auch neuerdings sammeln. Keine Ahnung wie was das ist. Ich glaub viel besseres, äh... Holz? Holzbau? Oh, Steine. Hey. Ah, ich schmeiß das einfach hier rein. So, mal sehen, ob ich hier... Na komm schon. Weiße baue oder nicht. Mit Sicherheit Scheiße. Ich hab dich ja auch lieb. Mhm. Ähm... So. Ach so. Habe ich jetzt auch wirklich meine... Ja, hab ich. Ja. Das ist... Wieso macht ihr eigentlich nichts? Ich hab euch was reingepackt. Ah. Ihr Idiot. Jetzt weiß ich was da... Hm. Zwei Stück. Toll. Wow. Damit kommen wir ja richtig weit. Und manchmal ist es so... Öfters ist es so... Du pflanzt die ein, packst das Teil voll. Das einzige was weg geht ist das Dünger. Und pflanzen? Kommt nicht. Wieso ist hier nichts? Wir sind die ganze Zeit hier. Legst du dich gerade auf? Ja. Der Garten ist scheiße. Warte mal, wozu brauchte ich... Ne, ihr seid was an... Warte, warte, warte. Ich will mal was ausprobieren. Mal dahin. Äh, ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ich möchte gerne noch ein Fundament. Ach ja, das war ja toll. Die Pflanzen haben wir. Das nehme ich. Und davon nehme ich bitte auch noch ein paar. Dieses Graszeug. Warte mal. Ich hab aber hier noch nie mit der Wasserleitung... Oh Gott. Hab ich noch nicht gemacht. Jeder Anfang ist schwer. Ist es. Ja, Steinarbeit. Großes Ding. Ja, endlich. Türrahmen, das ist toll. Ich kann endlich... Beste Drehtür. Steine. Ähm, cool. Ich kann endlich etwas machen, ohne Kalypse zu fragen. Frag mich. Komm schon, frag mich. Nein, ich kann es ja jetzt selber bauen. Hm. Aber ich will gefragt werden. Ist vielleicht blöd, um... ... Papier ich nicht. Wer ist denn das hier? Rollo, ey. Wer hat denn dich hier in dem Weg geparkt? Geht gar nicht. Kann es nur go. Was wollte ich denn pflanzen? Ach, Donnergras wollte ich... Ich wollte es... Ja, genau. Ich wollte es mal aufs Problem. Ähm. Papier ich nicht. Äh. Huch. Huch. Dann lass ich es einfach. Ob es feucht wird? Wahrscheinlich. Verdammt. Schön da ran. Wir machen uns das mal einfach. Warte mal. Wasser. Null. Komm hier, hier. Das ist doch hier so ein Wasserteil. Komm schon. Ah. Ja. Ja. So, ich brauch... Oh. Ich hoffe, das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Nein, nein. Hier kommt schon so ein Donnergras. Wir brauchen mehr... Donnerndes Gras. So, ich brauche Dünger. Wir nehmen uns jetzt das, was wir jetzt hergestellt haben. Das nehmen wir jetzt einfach raus. Obwohl das doch noch was gut kommt. Vielleicht sollte ich... Was? Steck mir den ganzen Grünstlerk hier. Wow. Ich glaube, ich hab das bisschen schief hier. Prächtig durch. So, ich brauche auf jeden Fall von Dänchen. Ich glaube, ich muss bald wieder lospacken und uns Stein holen. Ja, ich meine, die ganze Zeit hier am Garten kleben tue ich ja auch nicht. Da kann ich ja auch ein bisschen Stein besorgen. Das können wir ja auch mal zeigen. Hatten wir das schon? Nö... 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 Nein, eigentlich nicht, nein. So. So, dann kann ich ja eigentlich... Wieso hab ich das eigentlich gebaut? Ja, ihr den. Ihr fragt euch bestimmt, warum da... Eigentlich schon... So, reicht. Ich glaub, wir brauchen... Na? Donnergras, genau. Da hat er den genommen. Ja, ich glaub wir brauchen demnächst Stein. Ich glaub ich brauch... Ich... Ich... Geh nochmal Gras holen. Ich muss was essen. Toll. Ach, ich hab ja noch die... Die Pfeile zum Betäuben hier drin. Dann pack die wieder in den Schrank. Äh... Wo waren die drin? Äh... Geradezu. Ja, hab ich schon. Hab ich schon. Hab ich schon. Sehr schön. Da muss ich aber aufpassen, dass von da hinten jetzt nichts kommt. Hm. Du machst das schon. Ich bin zuversichtlich. Doch. Ach man. Oh man. Uh. Oh, Steinarbeit. Stufe 4. Feste Decke. Läuft. Na siehste. Geh doch. Feste Dachluke. Jaaa. Feste Dachluke. Feste dreieckige Decke. Jawoll. Was? Was war denn das jetzt alles? Keine Ahnung. Und schon noch vier Stück. Pardon? Das... Versteh ich... Das versteh ich hier nicht. Was verstehst du nicht? Dieses rechteckige Fundament. Warum? Uh. Da hab ich schon angefangen raus. Festes rechteckiges Fundament. Nein. Ich hab schon wieder rausgeschmissen. Das Ding kapier ich nicht. Äh. 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 Ich hab schon wieder rausgetroppt. Ausgetroppt. Mann. Äh. Ich hab schon wieder getan. Äh. Ich hab immer so einen zuckenden Finger. Ich weiß ja auch nicht. Schlimm. Ich schmeiß das gute Gras weg. Uh. Ui. Kann man von hier aus vielleicht Wasser trinken? Wo vielleicht? Nur weil ich jetzt so viel rausgeschmissen habe. Guck mal, das ist ein bisschen hier. Wenn ich rein plumpse, ertrink ich schon, ne? Mit Sicherheit. Nö. Ne? Nö. Kann man hier was trinken? Ja. Das ist doch eine gute Stelle. Zum Ersaufen. Ui. Äh. Hallo. Na. Sei lieb. Bin ich. Ich erweitere dein Königreich. Hab mich schon beworben. Oh Gott. Dann muss ich wieder zurück und das akzeptieren oder sowas. Ja. Naja. Hopp, hopp. Ja. 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 Ich flieg ja gleich hin. Ich flieg ja gleich hin. Und dann kackst du unterwegs ab. Ja. Um es um an uns. Hör von euch statt. Äh. Ja. In acht Stunden. Alle acht Stunden. So. Raus damit. Ui. Nein. Hm. Hm. Ach komm, schmeißen wir mal dazu. Hier kann man dann, da baue ich einen Zaun noch drumherum. Erstmal. Gartenarbeit. Ich brauche auf jeden Fall. Gartenarbeit. Und Dähchen. Hast du schon Steine hier reingepackt? Nö, ne? Äh. Nö. Ich mach grad Gartenarbeit. Oh Kalypse, du bist raus. Schande über dich. Ich brauche. Schande über dich. Nein, 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 nein. Aber. Schande. Nein. Oh. Mitleid? Ne. Alles klar ey. Muss sowas von unten durch. Ich werde dich vom Server bannen. Mach das. Ich werde das Passwort ändern. Nein. Ich bin ja eh die Einzige, die hier noch was tut. Mach. Was machst du? Was? Mein Königreich. Erweitern? Ja. Ich baue so schön für dich. Total. Erlebst du? Ja. Sei begeistert. Ja, total. Über die Arbeit, die ich für dich hier mache. Bin ich. Ich bin total konzentriert hier. Mhm. Mach doch mal die Garten ab. Alles klar. Habe ich jetzt ein Deck? Nein. Uh. Scheiß drauf das hier. Ich... Wo willst du denn die Splitter drin haben? Äh... Magietisch. Okay. Ich sitz. Kommst du. Voll krass hier. Nimm das. Das. Ich hab sie jetzt vollgegeben. In dem Magietisch. Oh. Level ab. Dadurch. Nur weil du das in den Magietisch reingehauen hast. Das ist ja total toll. Was? Ne, 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 ne. Das sind aber dicke Tümer. Eigentlich müsste man ja, ähm, das hier alles aus Stein machen. Wie ist das? Und die, ähm, eskalibst du echt bisschen abwesend. Ja. Deswegen werde ich einfach im Hintergrund die ganze Zeit satteln. Ist mir so egal, ob du irgendwie mal zuhören möchtest. Ich bin weit vertieft, Mann. Tja, Leute. Da müsst ihr mir leider zuhören. Ich sammle jetzt Steine. Ihr seht das nicht. Mir egal. Oh, Mann. Oh, jetzt nehme ich mir diesen Stein vor. Und der wird es auch noch sein. Wir klatschen die jetzt um, Leute. Er klatscht wen um? Ich dich. Nein, nein. Doch. Will ich nicht. Ich erweitere deine Stadt besonders. Hör auf. Nein. Nein. Ich komme. Das ist toll für dich. Will ich aber nicht mitbekommen. Hör auf. Nein. Ja, ist doch schon in Ordnung. Keine Panik. Sitz. Nie. Ja, tue ich. Und man kann bis Level 60 leveln hier nur. 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 Ja, das musst du noch umstellen. Nee. Müsst du hier eine Gameinierin donnern? Bist du denn das Wahnsinns? Na doch. Nee. Willst du das Spiel nur spielen? Mach mal. Ähm. Vielleicht. Nee, nee, nee. Nee. Bist du gut? Nee, ich muss mal gucken. Ob es da irgendwie was schon gibt. Ich würde es lieber lassen. Ich kann ja nicht einfach die Gameinie von Argrindor da haben. Mach mal. Mal sehen, was passiert. Nee, dann ist alles weg. Alles, was wir gesammelt haben. Alles weg. Dann kann ich dir wieder neu starten. Was? Ein T-Rex? Was? Ah. Was zähme ich mir? Ja, wir klauen uns Dracheneier und so. Und dann dürfen wir 20 Minuten ausbrüten. Ja. Ach, dann werde ich höher stellen. Kein Ding, ey. Geht klar. Kein Ding, ey. Aber ich habe nachgeguckt. Das ist übrigens auf 15 eingestellt. Das ist eigentlich schnell. Das hast du auch bei den Drachen gesehen, dass sie gewachsen sind, dass sie da blutig wurden. So ein bisschen. Wenn ich es noch höher stelle, sterben sie. Weil sie es nicht schaffen, sich zu heilen. In der Aufwachsphase. Ich kann es nicht höher stellen. Das ist ja echt tragisch. Ist es? Dann hast du einen so richtig schicken Drachen mit epischer Farbe. Und dann krepiert er nur, weil du es so haben wolltest, dass ich es höher stelle. So. Ich wollte gar nichts. Boah, was läuft denn jetzt hier? Ah. Ja. Jetzt bist du überfragt. Ja. So ein bisschen. Da fällt dir jetzt nichts mehr ein. Ich habe gewonnen. Nein, zu der Logik fällt mir leider nichts ein. Tut mir leid. Ey. Das war... Was? Da fällt dir dazu nichts ein, ne? Du kannst mich meinen. Ich ziehe gleich einen Griffin, ey. Oder einen Höllendrachen, dass er dich killt. Mach doch. Feigling. Du würdest dir also Hilfe holen. Alles klar. Na warte. Nächstes Mal melde ich mich hier als Admin an. Guck. Du Feiglinge greifen mit dem Team an. Und holen sie sich Verstärkung. Feiglinge. Feiglinge. Leute, das muss ich... Das muss... Ne. Also ich mache jetzt ein Feiglinge. Ich muss hier mal was klären. Das geht ja gar nicht. Nein, 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 nein. Verfolgst du mich gerade? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich doch nicht. Puh. Äh. Kommt man hier überhaupt drauf? Hast du überhaupt vernünftig gebaut? Hallo? Oh. Doch, da kommst du rauf. Siehst du? Und? Ich baue wenigstens so, dass jeder da raufkommt. Okay? Okay ihr Lieb. Okay. 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 An dieser Stelle machen wir echten Folgenpäuschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.